Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Video anderer Natur. Und zwar geht es um die UEFA-Auslosung zur EM 2020. Die hat gerade stattgefunden und zwar spielt Deutschland beim ersten Spiel direkt am 16.06.2020 gegen Frankreich. Das zweite Spiel am 20.06.2020 geht dann gegen Portugal und am 24.06.2020 ist dann entweder Island, Rumänien, Bulgarien oder Ungarn dran. Zumal da noch zu beachten ist, ich glaube, werden Rumänien oder Ungarn irgendwie weiterkommen. Von den Playoffs der Nations League, dann könnten immer noch die Gruppen getauscht werden. Also das ist noch nicht hundertprozentig fix, wer der dritte Gegner von uns ist. Also eine Hammergruppe, die oft befürchtete. Und ja, da sind wir mal gespannt, wie die Spiele ausgehen. Auf jeden Fall sehenswert und da muss wirklich jeder die Daumen drücken. Tja, das war es eigentlich schon. Jetzt seid ihr so up to date, was den Fußball angeht. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da oder abonniert meinen Kanal. Und ich würde dann sagen, bis dahin und ciao.